Wir haben Scheisserei. Unser Bad ist Mini. Mini. Ihren Spritzdurchfall. Aber eigentlich ist es ganz schön. Pass auf den Stück auf. Unsere Betten sind ein bisschen knastig. Aber der Boden ist ganz neu. Und die Betten sind voll geil. Ist schön blau und grün alles. Blau. Und da ist noch grün. Aber unser Bad ist dick. Bisschen klein. Wir sind sehr klein geraten. Oh, das Blut ist ein bisschen blau. Das war schmeckend aus blau. Oh, ist ein bisschen aus Plastik. Die Duschen ist nur Plastik. Wir haben noch ein Dixi. Wir haben auch kein Fernsehen. Wir reden mal irgendwie barisch. Uns versteht eh keiner. Das ist mir lust. Na guck mal. Und Hunger. Ich bin so enttäuscht. Die ganze Zeit zurückbreitet. Dann scheiße. Ich freu mich auf den Cheatschock. Auf den Primer. Ich freu mich auf Madame Tuzo. Weil da steht uns Lady Gaga noch drin. Das interessiert mich eigentlich gar nicht. Der Madame Tuzo. Der Fernsehturm in der Aussicht. Und da enden irgendwo das Brandenburger Tor. Ja, aber auf alle Fälle. Ich freu mich auf Madame Tuzo. Und der Fernsehturm in der Aussicht. Weil jetzt ist ja eine Lady Gaga drin. Da war gerade ein Popel von mir. Und der Fernsehturm in der Aussicht. Ja, aber auf alle Fälle. Der liegt jetzt auf meinem Handy. Das war ja kein Popel. Das war nur Fussel. Ja, ich glaub das passt dann. Updates kommen zu. Und. Und. Videos findet ihr. In Kiek. Max on Vitamine. Und Instagram. Max on Vitamine. Und einmal Fluffy Puffy Unicorn. Und dann. Na. Sie hat ja leider keine. Sie hat ja keine. Ja du gar nicht. Wie kommt sie mal mit nur da. Ciao.